Hallo Moba-Freunde, willkommen zu Teil 5, wieder eine Führerstandsmitfahrt. Wir starten in Jetshaven, fahren weiter nach Farmdrup und diesmal biegen wir in Farmdrup dann links ab Richtung Haltepunkt Kleinamerika. Und danach fahren wir ins nordfriesische Umland, Katharinenherd, Garding und als letztes der Endpunkt Erfte. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Was ist das? Ich bin der Lieber. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.